Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen neuen Update Video und zwar hat Starstable heute auf Twitter gepostet, dass sie eine Abstimmung machen. Hier seht ihr das auch, ihr könnt abstimmen, welche drei Pferderassen wir gerne uns wünschen für Starstable, also welche unserer drei Favoriten sind, die ins Spiel hinzugefügt werden. Da gibt es hier einen Link, da könnt ihr abstimmen und außerdem könnt ihr auch noch eine Pferderasse bestimmen, die geupdatet wird, also von der ein Remake gemacht wird, wie jetzt zuletzt beim Andalusia. Wenn ihr auf diesen Link hier klickt, kommt ihr dann zu dieser Abstimmung, seht ihr jetzt hier rechts eingeblendet und zwar könnt ihr dann dort einmal euren Erstwunsch eintragen, also welche Pferderasse ihr am meisten euch wünscht, dass die geupdatet wird. Seht ihr hier oben in der ersten Zeile. Dann weiter unten könnt ihr auch noch einen Zweitwunsch eintragen und ja, dann auch noch ein Drittwunsch und dann als letztes, das sieht man jetzt zwar nicht, aber könnt ihr auch noch bestimmen, für welche Pferderasse ihr seid, die geupdatet wird. Dann müsst ihr dann einfach dieses Formular ausfüllen und unten auf Senden klicken und dann wird das halt alles gesammelt und ich denke mal, Starstable guckt sich dann an, welche Rassen da am meisten geschrieben wurden und die mit den meisten Stunden, die werden dann wohl demnächst ins Spiel kommen und geupdatet werden. Also, wenn ihr da Interesse habt, an teilzunehmen und zu bestimmen, welche Rassen ins Spiel kommen, dann könnt ihr gerne mal bei dieser Abstimmung teilnehmen. Den Link sende ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung und nochmal in die Kommentare. Also ja, viel Spaß dabei. Ciao!